Musik Hast du mal was zu essen? Ja, auch hier. Fleisch brauch ich. Und diese Beeren, diese schwarzen. Die habe ich in den Kühlschrank geparkt. Ah, toll. Der liegt doch hier betäubt. Ein Pfeil? Zwei Pfeile. Wollt ihr doch verrottetes Fleisch holen? Nee, ich brauche gutes Fleisch. Das ist das ja, so ein Fleischfresser. Ja, hoffentlich reicht das. Ich weiß nicht. Doch, der isst ganz langsam, aber das geht gut. Vielleicht findest du ja noch irgendwie Dodos oder so. Ja, ich muss selber eins mal essen. Ich habe gelesen, dass es egal ist, ob es... Was? Gekochtes oder nicht gekochtes Fleisch ist. Ja, ich habe gar kein Fleisch hier sonst. Den will ich da beim Haus lassen. Der bewacht dann das Haus. Oh, den finde ich ja toll. Ich habe nur noch drei Fleisch... Nee, doch nicht. Ich habe ja jetzt auch das andere Fleisch. Ich habe da noch was reingetan. Ja, klasse. Das ist ja schön, dass ich das dann auch machen kann. Ja. Das finde ich auch klasse. Sie haben das echt gut... Ja, weil du in der gleichen... Im Clan bist. Na, jetzt sind wir so brauche, ist kein Dodo hier. Aber ich könnte vielleicht mal gucken, ob hier Fische sind. Er ist gleich bei der Hälfte. Ich habe ja noch fünf Fleisch und... Wie viele Beeren habe ich noch? Hast du noch Narkosebeeren? Nein, keine einzige. Obwohl... Sieben Stück. Also wenn du noch welche unterwegs findest... Sammel schnell noch welche. Ich muss ja hier aufpassen auf ihn. Der hat jetzt nur noch vier Fleisch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wie sieht es mit Narkosebeeren aus? Sechs Stück habe ich noch. Und er hat noch ungefähr... Boah... 55 von 84. So lange ist er noch betäubt. Ich brauche Fleisch, das ist wichtig. Ich bin unterwegs. Wo denn? Ich habe aber kein Fleisch gekriegt und muss... Ah, da, da ist er Fleisch. So. Und noch einen Narkosebeeren. Das ist super. Oh, das wird was. Ich gehe noch mal Fisch machen. Ja. Das ging am schnellsten jetzt. Und hier ist ja Fisch gleich. Ja, das ist doch klasse. Ja, Logo. Geil. Unser erster kleine Doof-Raptor. Nee, ist ja kein Raptor. Das ist ein... Dilo. Eloraptor. Dilo. 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 Oh, ganz schön Hunger, der kleine Doof. 26,8% Zähm-Effektivität. Ich weiß nicht, wie man das steigern kann. Ich glaube, du hast eine bessere Effektivität, wenn der nicht so doll verletzt ist. Aber die haben da so viel... Oh, da hat er auch. Ich habe nur noch ein Fleisch. Ja. Da kannst du dir mal hier aufmachen, verdammt. Hä? Ja, bloß keine Panik. Der ist ja gleich fertig. Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht locker. Da brauchst du gar nichts mehr machen. Nö. Ich habe es gesehen. Immer wenn er frisst, kriegt er Punkte dazu. Wie nennst du ihn? Stinker? Haha. Er ist gleich fertig. Er ist gleich fertig. Nee, Stinker nenne ich den nicht. Man macht ja nichts. Aber wenn ich mir einen macht, ich will die Stinker nenne. Ich will den dann Stinker. Und wie nennst du ihn denn? Ich weiß das noch nicht. Doch, ich weiß das. Das ist männlich. Ist er männlich? Das männliche. Stimmt. Ja, frisst doch noch einmal. Einmal noch fressen, bitte. Der frisst nicht mehr. Doch, da. Du hast ein Tildo ge... Ich will... Guck mal, jetzt gehen tausend Fenster auf und so weiter. Das ist total nervig. Ja, das hätten sie... Eine kleine Ecke, wo es ein Blinken wäre. Und du kannst es auch... Genau, ja. ...und dann lesen, wenn es passt. Ja. Wenn du mitten im Kampf bist... Dann nehm ich die Bären mal wieder raus. Und das Fleisch. Der kann sich ja selber was jagen. So. Wo hast du jetzt die Samen hingetan? Da. Ich brauche meinen Wasserschlauch. Ich brauche... ...ein Campfire. Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Das ist ja toll. Was kann der denn so? Auch nichts anderes, ne? Klasse. Mal gucken, ob er mitkommt. Ja. Ja. Das ist ja toll. Ist ja toll. Vielen Dank.